Die antiken Mysterien und Geheimgesellschaften, welche die moderne freimaurerische Symbolik beeinflusst haben. Teil 1 Wenn der Mensch mit einem Problem konfrontiert wird, das den Einsatz des Denkvermögens erfordert, behalten Menschen mit starkem Intellekt die Fassung und versuchen eine Lösung zu finden, indem sie sich mit den Fakten befassen, die das Problem betrifft. Menschen mit einer unreifen Mentalität dagegen sind überwältigt, wenn sie mit Gleichem konfrontiert werden. Während die Ersteren vielleicht in der Lage sind, das Rätsel ihres eigenen Schicksals zu lösen, müssen die Letzteren wie eine Schafherde geführt und in einfacher Sprache belehrt werden. Sie sind fast gänzlich von der Fürsorge des Hirten abhängig. Der Apostel Paulus sagte, dass diese Kleinen mit Milch gefüttert werden müssen, das Fleisch aber ist die Nahrung der Starken. Gedankenlosigkeit ist fast ein Synonym für Kindlichkeit, während Nachdenklichkeit ein Symbol für Reife ist. Es gibt jedoch nur wenige Reifegeister auf der Welt. Und so kam es, dass die philosophisch-religiösen Lehren der Heiden geteilt wurden, um den Bedürfnissen dieser zwei fundamentalen Gruppen menschlichen Intellekts, die eine philosophisch, die andere unfähig, die tieferen Geheimnisse des Lebens zu begreifen, gerecht zu werden. Den wenigen Wissbegierigen wurden die esoterischen oder spirituellen Lehren offenbart, während die vielen Unqualifizierten nur die wörtlichen oder exoterischen Interpretationen erfahren haben. Um die großen Wahrheiten der Natur und die abstrakten Prinzipien des Naturgesetzes zu verdeutlichen, wurden die Lebenskräfte des Universums personifiziert. Sie wurden zu den Göttern und Göttinnen der alten Mythologien. Während die unwissenden Scharen ihre Opfergaben zu den Altären von Priapus und Pan brachten, also zu den Gottheiten, die für die zeugenden Energien stehen, erkannten die Weisen in diesen Marmorstatuen nur symbolische Konkretisierungen der großen, abstrakten Wahrheiten. In allen Städten der antiken Welt gab es Tempel für öffentliche Anbetung und Opfergaben. In jeder Gemeinschaft gab es auch Philosophen und Mystiker, die tief in die Naturkunde eingeweiht waren. Diese Individuen schlossen sich gewöhnlich zusammen und bildeten einsame, philosophische und religiöse Schulen. Die wichtigsten dieser Gruppen waren als Mysterien bekannt. Viele der großen Denker der Antike wurden durch seltsame und mysteriöse Rituale, von denen einige äußerst grausam waren, in diese geheimnisvollen Vereinigungen eingeweiht. Alexander Wilder definiert die Mysterien als heilige Dramen, die zu bestimmten Zeiten aufgeführt werden. Die berühmtesten waren die von Isis, Sabatius, Kybele und Eleusis. Nach ihrer Aufnahme wurden die Eingeweihten in der geheimen Weisheit unterwiesen, die seit Jahrtausenden bewahrt worden war. Plato, ein Eingeweihter einer dieser heiligen Orden, wurde heftig kritisiert, weil er in seinen Schriften der Öffentlichkeit viele der geheimen philosophischen Prinzipien der Mysterien offenbarte. Jede heidnische Nation hatte und hat nicht nur ihre Staatsreligion, sondern auch eine andere, zu der nur die philosophischen Auserwählten Zutritt haben. Viele dieser alten Kulte sind von der Erde verschwunden, ohne ihre Geheimnisse preiszugeben. Aber einige wenige haben den Test der Zeitalter überlebt und ihre geheimnisvollen Symbole sind noch immer erhalten. Ein großer Teil des Rituals der Freimaurerei beruht auf den Prüfungen, denen die Kandidaten von den alten Hierophanten unterzogen wurden, bevor ihnen die Schlüssel der Weisheit anvertraut wurden. Nur wenige sind sich darüber im Klaren, in welchem Ausmaß die alten Geheimschulen die zeitgenössischen Intellektuellen und durch diese die Nachwelt beeinflusst haben. Robert McCoy würdigt in seiner allgemeinen Geschichte der Freimaurerei – eine großartige Hommage – die Rolle, die die alten Mysterien bei der Errichtung des Gebäudes der menschlichen Kultur spielte. Er sagt unter anderem »Es scheint, dass die ganze Perfektion der Zivilisation und der gesamte Fortschritt in Philosophie, Wissenschaft und Kunst auf jene Institutionen zurückzuführen sind, die unter dem Schleier des Geheimnisses versuchten, die erhabensten Wahrheiten der Religion, der Moral und der Tugend zu veranschaulichen und in die Herzen ihrer Jünger einzuprägen. Ihr Hauptziel war die Lehre von einem Gott, die Auferstehung des Menschen zum ewigen Leben, die Würde der menschlichen Seele und die Menschen dazu zu bringen, den Schatten der Gottheit in der Schönheit, Pracht und Herrlichkeit des Universums zu sehen. Mit dem Niedergang der Tugend, der dem Untergang jeder Nation in der Geschichte vorausgegangen ist, wurden die Mysterien pervertiert. Die Zauberei trat an die Stelle der göttlichen Magie. Unbeschreibliche Praktiken wurden eingeführt und Perversion herrschte vor. Denn keine Institution kann besser sein als die Mitglieder, aus denen sie besteht. In ihrer Verzweiflung suchten die wenigen, die wahrhaftig waren, die Geheimlehren der Vergessenheit zu entreißen. In einigen Fällen gelang es ihnen, aber häufiger ging das Arcanum verloren und nur die leere Hülle der Mysterien blieb. Thomas Taylor schrieb, der Mensch ist von Natur aus ein religiöses Tier. Seit der frühesten Dämmerung seines Bewusstseins hat der Mensch Dinge wie Symbole des Unsichtbaren und Unbeschreiblichen angebetet und verehrt, über die er praktisch nichts herausfinden konnte. Die heidnischen Mysterien bekämpften das Christentum in den ersten Jahrhunderten der Kirche und erklärten, der neue Glaube, das Christentum, verlange keine Tugend und Integrität als Voraussetzung für das Heil. Zelsus äußerte sich zu diesem Thema in den folgenden ätzenden Worten. Dass ich aber die Christen nicht bitterer anklage, als es die Wahrheit gebietet, mag man daraus, dass die Rufer, die die Menschen zu anderen Mysterien rufen, Folgendes verkünden, Laßt den herantreten, dessen Hände rein sind und dessen Worte weise sind. Und andere wiederum verkünden, es trete heran, wer rein ist von aller Schlechtigkeit, wessen Seele sich keiner Bosheit bewusst ist und der ein gerechtes und aufrechtes Leben führt. Und diese Dinge werden von denen verkündet, die eine Läuterung vom Irrtum versprechen. Lasst uns nun hören, wer diejenigen sind, die zu den christlichen Mysterien berufen sind. Wer auch immer ein Sünder ist, wer auch immer unklug ist, wer ein Narr ist und wer Elend ist, den wird das Reich Gottes empfangen. Nennt ihr also nicht einen Sünder, einen Ungerechten, einen Dieb, einen Einbrecher, einen Zauberer, einen Gotteslästerer und einen Grabräuber? Welche anderen Personen würde der Rufer benennen, der die Räuber zusammenrufen sollte? Es war nicht der wahre Glaube der frühen christlichen Mystiker, den Zelsusangriff, sondern die falschen Formen, die sich schon zu seiner Zeit eingeschlechen hatten. Die Ideale des frühen Christentums basierten auf den hohen moralischen Standards der heidnischen Mysterien. Und die ersten Christen, die sich unter der Stadt Rom trafen, benutzten als Kultstätten die unterirdischen Tempel des Mithras, von dessen Kult ein Großteil des Sakadotalismus der modernen Kirche übernommen wurde. Die alten Philosophen glaubten, dass kein Mensch intelligent leben kann, der nicht über ein grundlegendes Wissen über die Natur und ihre Gesetze hat. Bevor der Mensch gehorchen kann, muss er verstehen, und die Mysterien waren die Belehrungen des Menschen über das Wirken des göttlichen Gesetzes in der irdischen Sphäre. Nur wenige der frühen Kulte verehrten anthropomorphe Gottheiten, obwohl ihre Symbolik den Eindruck erwecken könnte, dass sie es taten. Sie waren eher moralistisch als religiös, eher philosophisch als theologisch. Sie lehrten den Menschen, seine Fähigkeiten intelligenter zu nutzen, in Widrigkeiten geduldig zu sein, mutig zu sein, wenn er mit Gefahren konfrontiert wird, treu zu sein inmitten von Versuchungen. Und vor allem ein würdiges Leben als das beste Opfer für Gott zu betrachten und seinen Körper als einen der Gottheit geweihten Altar zu betrachten. Die Sonnenanbetung spielte in fast allen frühen heidnischen Mysterien eine wichtige Rolle. Diese weist auf die Wahrscheinlichkeit ihres atlantischen Ursprungs hin, denn die Bewohner von Atlantis waren Sonnenanbeter. Die Sonnengottheit wurde gewöhnlich als schöner Jüngling personifiziert, mit langem goldenem Haar, das die Sonnenstrahlen symbolisieren sollte. Dieser goldene Sonnengott wurde von Bösen erschlagen, die das böse Prinzip des Universums verkörperten. Mittels bestimmter Rituale und Zeremonien, die Reinigung und Regeneration symbolisieren, wurde dieser wunderbare Gott des Guten wieder zum Leben erweckt und wurde zum Erlöser seines Volkes. Die geheimen Vorgänge, durch die er auferstanden ist, symbolisieren die Kulturen, durch die der Mensch in der Lage ist, seine niedere Natur zu überwinden, seine Begierden zu beherrschen und die höhere Seite seiner selbst zum Ausdruck zu bringen. Die Mysterien wurden zu dem Zweck organisiert, dem kämpfenden Menschen zu helfen, die geistigen Kräfte wiederzuerwecken, die, umgeben vom flammenden Ring der Begierde und der Entartung, in seiner Seele schliefen. Mit anderen Worten, dem Menschen wurde ein Weg gegeben, auf dem er sein verlorenes Gut wiedererlangen konnte. In der Antike waren fast alle Geheimbünde philosophischer und religiöser Natur. In den mittelalterlichen Jahrhunderten waren sie vor allem religiös und politisch, obwohl einige philosophische Schulen blieben. In der Neuzeit sind die Geheimbünde in den abendländischen Ländern weitgehend politisch oder brüderlich, obwohl in einigen wenigen, wie in der Freimaurerei, die alten religiösen und philosophischen Grundsätze noch überleben. Es gab buchstäblich Dutzende dieser alten Kulte, mit Ablegern in allen Teilen der östlichen und westlichen Welt. Einige, wie die des Pythagoras und der Hermetiker, zeigen einen deutlichen orientalischen Einfluss, während die Rosenkreuzer nach eigenen Angaben einen Großteil ihrer Weisheit von arabischen Mystikern erhielten. Obwohl die Mysterienschulen gewöhnlich mit der Zivilisation assoziiert werden, gibt es Beweise dafür, dass die unzivilisiertesten Völker der prähistorischen Zeit Wissen über sie hatten. Die Eingeborenen entfernter Inseln, viele in den niedrigsten Formen der Wildheit, haben mystische Rituale und geheime Praktiken, die, obwohl sie primitiv sind, eine deutliche freimaurerische Färbung haben. Die druidischen Mysterien von Britannien und Gallien Die ursprünglichen und primitiven Bewohner Britanniens haben zu einem fernen Zeitpunkt ihre nationalen Institute wiederbelebt und reformiert, ihre Priester oder Lehrer wurden bis dahin einfach Gwit genannt. Aber man hielt es für notwendig, dieses Amt aufzuteilen zwischen dem nationalen oder übergeordneten Priester und einem anderen, dessen Einfluss eher begrenzt ist. Von nun an wurde der erstere Derwit, Druide, oder oberster Ausbilder, und der letztere Go-Wit oder O-Wit, O-Warte, untergeordneter Lehrmeister genannt. Und beide wurden allgemein Beard, Barden oder Lehrer der Weisheit genannt. Als das System reifte und sich erweiterte, bestand der bardische Orden aus drei Klassen, den Druiden, den privilegierten Barden und den O-Warten. Der Ursprung des Wortes Druide ist umstritten. Max Müller glaubt, dass es, wie das irische Wort Dree, die Männer der Eichen bedeutet. Er verweist ferner auf die Tatsache, dass die Waldgötter und Baumgötter der Griechen Dreaden genannt wurden. Manche glauben, dass das Wort germanischen Ursprungs sei, andere schreiben es den Wallisern zu. Einige wenige führen es auf das Gälische Druid zurück, was ein weiser Mann oder ein Zauberer bedeutet. Im Sanskrit bedeutet das Wort Dru-Holz. Zur Zeit der römischen Eroberung waren die Druiden in Britannien und Gallien fest verankert. Ihre Macht über die Menschen war unbestritten und es gab Fälle, in denen Armeen, die sich gegenseitig angreifen wollten, ihre Schwerter auf Befehl der weißgekleideten Druiden in die Scheide steckten. Kein Unterfangen von großer Bedeutung wurde ohne die Hilfe dieser Patriarchen, die als Vermittler zwischen den Göttern und den Menschen standen, unternommen. Dem Druidenorden wird zu Recht ein tiefes Verständnis der Natur und ihrer Gesetze zugeschrieben. In der Enzyklopädie Britannica heißt es, dass Geografie, Naturwissenschaft, Naturtheologie und Astrologie ihre bevorzugten Studien waren. Die Druiden hatten eine grundlegende Kenntnis in der Medizin, insbesondere in der Verwendung von Kräutern und einfachen Mitteln. Auch grobe chirurgische Instrumente wurden in England und Irland gefunden. In einer merkwürdigen Abhandlung über die frühe britische Medizin heißt es, dass von jedem Arzt erwartet wurde, dass er einen Garten oder einen Hinterhof für den Anbau bestimmter Kräuter hatte, die er für seinen Beruf benötigte. Elipha Lévy, der berühmte Transzendentalist, macht die folgende bedeutsame Aussage. Die Druiden waren Priester und Ärzte, die durch Magnetismus und Amulette mit fluidischem Einfluss halten. Ihre Universalheilmittel waren Mistel und Schlangeneier, weil diese Stoffe das Astrallicht in besonderer Weise anziehen. Die Feierlichkeit, mit der die Mistel gefällt wurde, zog das Vertrauen des Volkes auf diese Pflanze und machte sie zu einem starken Magnet. Der Fortschritt des Magnetismus wird uns eines Tages die absorbierenden Eigenschaften der Mistel offenbaren. Dann werden wir das Geheimnis dieser schwammigen Gewächse verstehen. Pilze, Trüffel, Baumgallen und die verschiedenen Arten der Mistel werden mit Verständnis von einer medizinischen Wissenschaft verwendet werden, die neu sein wird, weil sie alt ist. Aber man darf nicht schneller gehen als die Wissenschaft, damit sie weiter fortschreiten kann. Die Mistel war nicht nur ein heiliges Symbol für die Universalmedizin oder das Allheilmittel, sondern auch wegen der Tatsache, dass sie auf der Eiche wuchs. Durch das Symbol der Eiche verehrten die Druiden die höchste Gottheit. Daher war alles, was auf diesem Baum wuchs, ihnen heilig. Zu bestimmten Jahreszeiten, je nach den Positionen von Sonne, Mond und Sternen, kletterte der Erzdruide auf die Eiche und schnitt die Mistel mit einer goldenen Sichel ab, die für diesen Dienst geweiht war. Das schmarotzende Gewächs wurde in weißen Tüchern aufgefangen, damit es nicht die Erde berührte und durch irdische Schwingungen verunreinigt wurde. Gewöhnlich wurde ein weißer Stier unter dem Baum geopfert. Die Druiden waren Eingeweihter einer geheimen Schule, die in ihrer Mitte existierte. Diese Schule, die den bachischen und eleusischen Mysterien in Griechenland oder den ägyptischen Riten von Isis und Osiris ähnelte, wird zu Recht als die druidischen Mysterien bezeichnet. Es wurde viel über die geheime Weisheit spekuliert, die die Druiden zu besitzen behaupteten. Ihre Geheimlehren wurden nie aufgeschrieben, sondern mündlich an speziell vorbereitete Kandidaten weitergegeben. Robert Brown ist der Meinung, dass die britischen Priester ihre Informationen von thyrischen und phönizischen Seefahrern erhielten, die tausende von Jahre vor der christlichen Ära Kolonien in Britannien und Gallien gründeten, auf der Suche nach Zinn. Thomas Morris spricht in seinen Indian Antiquities ausführlich über phönizische, karthagische und griechische Expeditionen auf die britischen Inseln zum Zwecke der Zinnbeschaffung. Andere sind der Meinung, dass die Mysterien, wie sie von den Druiden zelebriert wurden, orientalischen Ursprungs sind, möglicherweise buddhistisch. Die Nähe der britischen Inseln zum untergegangenen Atlantis könnte der Grund für die Sonnenanbetung sein, die in den Ritualen des Druidentums eine wichtige Rolle spielt. Es besteht kein Zweifel, dass das druidische Pantheon eine große Anzahl griechischer und römischer Gottheiten enthält. Dies verblüffte Cäsar sehr während der Eroberung von Britannien und Gallien und veranlasste ihn zu der Behauptung, dass diese Stämme Merkur, Apollo, Mars und Jupiter anbeteten, ähnlich wie in den lateinischen Ländern. Es ist fast sicher, dass die druidischen Mysterien nicht in Britannien oder Gallien beheimatet waren, sondern aus einer der älteren Zivilisationen eingewandert sind. Die Schule der Druiden war in drei verschiedene Teile gegliedert und die darin enthaltenen Geheimlehren sind praktisch die gleichen wie die Geheimnisse, die unter den Allegorien der Blauen Loge verborgen sind. Die unterste der drei Abteilungen war die der Ovate, Oid. Dies war ein Ehrengrad, der keine besondere Reinigung oder Vorbereitung erforderte. Die Ovaten kleideten sich in Grün, der druidischen Farbe der Gelehrsamkeit, und es wurde erwartet, dass sie etwas über Medizin, Astronomie, Poesie und manchmal über Musik wissen. Ein Ovat war ein Individuum, das aufgrund seiner allgemeinen Exzellenz und seines überlegenen Wissens über die Probleme des Lebens in den Druidenorden aufgenommen wurde. Die zweite Abteilung war die der Barden, Beard. Ihre Mitglieder waren in himmelblaue Gewänder gekleidet, um Harmonie und Wahrheit zu repräsentieren, und ihnen wurde die Aufgabe zugewiesen, die 20.000 Verse der heiligen druidischen Poesie zumindest teilweise auswendig zu lernen. Sie wurden oft mit der primitiven britischen oder irischen Harfe abgebildet, einem Instrument, das mit Menschenhaar bespannt war und mit so vielen Seiten, wie es Rippen auf einer Seite des menschlichen Körpers gab. Diese Barden wurden oft als Lehrer für Kandidaten ausgewählt, die den Zugang zu den druidischen Mysterien suchten. Neophyten trugen gestreifte Gewänder in Blau, Grün und Weiß, den drei heiligen Farben des druidischen Ordens. Die dritte Abteilung war die der Druiden, der Widden. Ihre besondere Aufgabe war es, sich um die religiösen Bedürfnisse des Volkes zu kümmern. Um diese Würde zu erreichen, musste der Kandidat zunächst ein Barde Braind werden. Die Druiden waren stets weiß gekleidet, ein Symbol für ihre Reinheit und die Farbe, die sie als Symbol für die Sonne verwendeten. Um die erhabene Position des Erz Druiden oder des geistigen Oberhaupts der Organisation zu erreichen, musste ein Priester die sechs aufeinander folgenden Grade des Druiden Ordens durchlaufen. Die Mitglieder der verschiedenen Grade unterschieden sich durch die Farben ihrer Scherben scherben, denn sie trugen alle weiße Gewänder. Einige Autoren sind der Meinung, dass der Titel des Erz Druiden vererbbar war und vom Vater auf den Sohn überging. Es ist jedoch wahrscheinlicher, dass die Ehre durch Wahl verliehen wurde. Der Empfänger wurde aufgrund seiner Tugenden und Integrität von den gelehrtesten Mitgliedern der höheren Druidischen Grade gewählt. James Gardner zufolge gab es in Großbritannien gewöhnlich zwei Erzdruiden, von denen einer auf der Insel Anglesey wohnhaft war und der andere auf der Insel Mann. Vermutlich gab es weitere in Gallien. Diese Würdenträger trugen in der Regel goldene Zepter und waren mit Kränzen aus Eichenlaub gekrönt, die ihre Autorität symbolisierten. Die jüngeren Mitglieder des Druiden Ordens waren glatt rasiert und bescheiden gekleidet, aber die Älteren hatten lange graue Bärte und trugen prächtige goldene Ornamente. Das Bildungssystem der Druiden in Britannien war dem ihrer Kollegen auf dem Kontinent überlegen, so dass viele der gallischen Jugendlichen zu den druidischen Schulen in Britannien geschickt wurden, für ihre philosophische Unterweisung und Ausbildung. Elipha Lévy berichtet, dass die Druiden in strenger Enthaltsamkeit lebten, die Naturwissenschaften studierten, strengste Geheimhaltung warten und neue Mitglieder erst nach langer Probezeit aufnahmen. Viele der Priester des Ordens lebten in Gebäuden, die den Klöstern der modernen Welt ähnlich sind. Sie waren in Gruppen zusammengeschlossen wie die Asketen des Fernost. Obwohl das Zölibat nicht von ihnen verlangt wurde, heirateten nur wenige. Viele der Druiden zogen sich von der Welt zurück und lebten als Einsiedler in Häusern aus rohen Steinen oder in kleinen Hütten, die in den Tiefen des Waldes gebohrt wurden. Hier beteten und meditierten sie und kamen nur heraus, um ihre religiösen Pflichten zu erfüllen. James Freeman Clark beschreibt in seinem Werk Zehn große Religionen den Glauben der Druiden wie folgt. Die Druiden glaubten an drei Welten und an die Seelenwanderung von einer zur anderen, an eine obere Welt, in der Glück vorherrschte, eine untere Welt im Elend und der gegenwärtige Zustand. In der gegenwärtigen Welt, sagten sie, sind Gut und Böse so genau ausgeglichen, dass der Mensch die größtmögliche Freiheit hat und in der Lage ist, beides zu wählen oder abzulehnen. Die walisischen Triaden sagen uns, dass es drei Ziele der Metempsychose gibt, die Eigenschaften allen Seins in der Seele zu sammeln, ein Wissen über alle Dinge zu erlangen und die Macht zu erlangen, das Böse zu bekämpfen. Es gibt auch, so sagen sie, drei Arten von Wissen. Wissen über die Natur eines jeden Dinges, seiner Ursache und seines Einflusses. Es gibt drei Dinge, die immer weniger werden, Dunkelheit, Falschheit und Tod. Es gibt und Tod. die ständig zunehmen, Licht, Leben und Wahrheit. Wie fast alle mystischen Schulen waren auch die Lehren der Druiden in zwei Bereiche unterteilt. Der Einfachere, ein Moralkodex, wurde dem ganzen Volk gelehrt, während die tiefere esoterische Lehre nur den eingeweihten Priestern zugänglich war. Um in den Orden aufgenommen zu werden, musste ein Kandidat aus guter Familie und von hohem moralischem Charakter sein. Keine wichtigen Geheimnisse wurden ihm anvertraut, bevor er auf vielerlei Weise getestet und seine Charakterstärke auf eine harte Probe gestellt wurde. Die Druiden belehrten die Menschen in Britannien und Gallien über die Unsterblichkeit der Seele. Sie glaubten an Seelenwanderung und offenbar an Reinkarnation. Sie liehen sich in einem Leben etwas und versprachen es im nächsten Leben zurück zu zahlen. Sie glaubten an eine Art Hölle im Fegefeuer, in der sie von ihren Sünden gereinigt werden würden, um danach in das Glück der Einheit mit den Göttern über zu gehen. Die Druiden lehrten, dass alle Menschen gerettet werden, aber dass einige viele Male auf die Erde zurückkehren müssen, um die Lektionen des menschlichen Lebens zu lernen und das ihrer eigenen Natur innewohnende Böse zu überwinden. Bevor ein Kandidat mit den Geheimlehren der Druiden betraut wurde, musste er ein Gelübde der Verschwiegenheit ablegen. Diese Lehren wurden nur in den Tiefen der Wälder und in der Dunkelheit der Höhlen übermittelt. An diesen Orten, weit weg von den Menschen, wurde der Neophyt über die Schöpfung des Universums, die Persönlichkeiten der Götter, die Gesetze der Natur, die Geheimnisse die Mysterien der Himmelskörper und die Grundzüge der Magie und Zauberei belehrt. Die Druiden hatten eine große Anzahl von Festtagen. Der Neu- und Vollmond und der sechste Tag des Mondes waren heilige Zeiten. Es wird angenommen, dass die Einweihungen nur zu den beiden Sonnenwänden und den beiden Tag- und Nachtgleichen stattfanden. In der Morgendämmerung des 25. Dezember wurde die Geburt des Sonnengottes gefeiert. Die geheimen Lehren der Druiden werden von einigen als von der Pythagoräischen Philosophie gefärbt bezeichnet. Die Druiden hatten eine Madonna oder Jungfrau mit einem Kind in ihren Armen, die für sie heilig war. Und ihr Sonnengott wurde zu der Jahreszeit wieder erweckt, die derjenigen entspricht, zu der die modernen Christen Ostern feiern. Sowohl das Kreuz als auch die Schlange waren den Druiden heilig, die ersteres anfertigten, indem sie alle Äste einer Eiche abschnitten und einen von ihnen in Form des Buchstabens T am Hauptstamm befestigten. Dieses Eichenkreuz wurde zum Symbol für ihre übergeordnete Gottheit. Sie verehrten auch die Sonne, den Mond und die Sterne. Der Mond genoss ihre besondere Verehrung. Cäsar erklärte, dass Merkur eine der Hauptgottheiten der Gallier war. Die Druiden verehrten Merkur unter dem Bild eines Steinwürfels. Sie hatten auch große Verehrung für die Naturgeister, also Feen, Gnome und Undinen, kleine Kreaturen der Wälder und Flüsse, denen viele Opfergaben dargebracht wurden. Bei der Beschreibung der Tempel der Druiden sagt Charles Hacklethorne in The Secret Societies of All Ages and Countries Ihre Tempel, in denen das heilige Feuer aufbewahrt wurde, befanden sich im Allgemeinen auf Erhebungen und in dichten Eichenwäldern und nahmen verschiedene Formen an, kreisförmig, weil ein Kreis das Emblem des Universums war, oval in Anspielung auf das weltliche Ei, aus dem nach den Überlieferungen vieler Völker das Universum oder nach anderen unsere ersten Eltern entsprangen, schlangenförmig, weil eine Schlange das Symbol von Hu, dem druidischen Usiris war, kreuzförmig, weil das Kreuz ein Symbol der Wiedergeburt ist, oder geflügelt, um die Bewegung des göttlichen Geistes zu repräsentieren. Ihre Hauptgottheiten ließen sich auf zwei reduzieren, eine männliche und eine weibliche, der große Vater und die große Mutter, Hu und Seriduen, die wie Usiris und Isis, Bacchus und Ceres oder jede andere höchste Gottheit, die beiden Prinzipien allen Seins repräsentieren. Godfrey Higgins erklärt, dass Hu, der Mächtige, der als erster Siedler Großbritanniens gilt, von einem Ort kam, den die walisischen Triaden das Sommerland nennen, dem heutigen Standort von Konstantinopel. Albert Pike sagt, dass das verlorene Wort der Freimaurerei im Namen des Druidengottes Hu verborgen ist. Die spärlichen Informationen, die über die geheimen Einweihungen der Druiden bekannt sind, weisen auf eine entschiedene Ähnlichkeit zwischen ihrer Mysterienschule und den Schulen Griechenlands und Ägyptens. Hu, der Sonnengott wurde ermordet und nach einer Reihe von seltsamen Torturen und mystischen Ritualen wieder zum Leben erweckt. Es gab drei Grade der druidischen Mysterien, aber nur wenige bestanden sie alle. Der Kandidat wurde in einem Sarg begraben, als Symbol für den Tod, des Sonnengottes. Die höchste Prüfung bestand jedoch darin, in einem offenen Boot auf das Meer hinaus geschickt zu werden. Bei dieser Prüfung verloren viele ihr Leben. Die wenigen, die diesen dritten Grad bestanden, sollen wiedergeboren worden sein und wurden in die geheimen und verborgenen Wahrheiten eingeweiht, die die Druidenpriester seit der Antike bewahrt hatten. Aus diesen Eingeweihten wurden viele der Würdenträger der britischen religiösen und politischen Welt ausgewählt. Die Mithras Riten Als die persischen Mysterien nach Südeuropa einwanderten, wurden sie schnell vom lateinischen Geist assimiliert. Der Kult wuchs schnell, besonders unter den römischen Soldaten und während den römischen Eroberungskriegen wurden die Lehren von den Legionären in fast alle Teile Europas getragen. Der Mithras Kult wurde so mächtig, dass mindestens ein römischer Kaiser in den Orden eingeweiht wurde, der sich in Höhlen unter der Stadt Rom traf. Über die Verbreitung dieser Mysterienschule in verschiedenen Teilen Europas sagt C.W. King in seinem Werk »Gnostics and Their Remains« Mitrages Flachreliefs, die in Felsen oder Steintafeln eingemeißelt sind, gibt es noch immer in den Ländern, die früher die westlichen Provinzen des Römischen Reiches waren. Viele gibt es in Deutschland. noch mehr in Frankreich und auf dieser Insel, also Britannien, wurden sie oft an der Linie der Piktenmauer und der Bekanntenmauer in Bath entdeckt. Alexander Wilder erklärt in seiner »Philosophie und Ethik der Zoroaster«, dass Mitras der Titel für die Sonne ist und es wird angenommen, dass er in dieser leuchtenden Kugel wohnt. Mitras hat einen männlichen und einen weiblichen Aspekt, Obwohl er selbst nicht androgyn ist. Als Mitras ist er die Furt der Sonne, mächtig und strahlend und der prächtigste der Jasatas. Als Mitra repräsentiert diese Gottheit das weibliche das weibliche Prinzip. Das irdische Universum wird als ihr Symbol erkannt. Sie repräsentiert die Natur als rezeptiv und irdisch und nur dann fruchtbar, wenn sie in den Glanz der Sonnenkugel getaucht ist. Der Mitraschekult ist eine Vereinfachung der komplizierteren Lehren von Zarathustra, dem persischen Feuermagier. Nach Ansicht der Perser gibt es in der Ewigkeit zwei Prinzipien, die nebeneinander bestehen. Das erste von Ahuramasta oder Ormust war der Geist des Guten. Aus Ormust ging eine Reihe von Hierarchien guter und schöner Geister, Engel und Erzengel aus. Das zweite dieser ewig existierenden Prinzipien wurde Ariman genannt. Er war ebenfalls ein reiner und schöner Geist, aber er rebellierte später gegen Ormust, weil er auf dessen Macht eifersüchtig war. Dies geschah jedoch erst, nachdem Ormust das Licht erschaffen hatte, denn vorher war Ariman sich der Existenz von Ormust nicht bewusst. Wegen seiner Eifersucht und Rebellion wurde Ariman zum Geist des Bösen. Aus sich selbst heraus individualisierte er ein Heer von destruktiven Kreaturen, um Ormust zu verletzen. Als Ormust die Erde erschuf, trat Ariman in ihre gröberen Elemente ein. Wann immer Ormust eine gute Tat vollbrachte, legte Ariman das Prinzip des Bösen in sie hinein. Endlich, als Ormust das Menschengeschlecht erschuf wurde Ariman in der niederen Natur des Menschen inkarniert, sodass in jeder Persönlichkeit der Geist des Guten und der Geist des Bösen um die Kontrolle kämpfen. Dreitausend Jahre lang regierte Ormust die himmlischen Welten mit Licht und Güte. Dann schuf er den Menschen. Weitere dreitausend Jahre lang regierte er den Menschen mit Weisheit und Integrität. Dann begann die Macht von Ariman und der Kampf um die Seele des Menschen dauert die nächste Periode von dreitausend Jahren. Während der vierten Periode von dreitausend Jahren wird die Macht von Ariman zerstört. Das Gute wird wieder in die Welt zurückkehren, das Böse wird besiegt werden und schließlich wird sich der Geist des Bösen demütig vor dem Thron von Ormust verneigen. Während Ormust und Ariman um die Kontrolle über die menschliche Seele und um die Vorherrschaft in der Natur kämpfen, steht Mithras, der Gott der Intelligenz, als Vermittler zwischen den beiden. Viele Autoren haben die Ähnlichkeit zwischen Quecksilber und Mithras festgestellt. Da das chemische Quecksilber als Lösungsmittel fungiert, nach Ansicht der Alchemisten, so versuchten Mithras, die zwei himmlischen Gegensätze zu harmonisieren. Es gibt viele Ähnlichkeiten zwischen dem Christentum und dem Mithras-Kult. Ein Grund dafür ist wahrscheinlich, dass die persischen Mystiker im ersten Jahrhundert nach Christus nach Italien eindrangen und die frühe Geschichte beider Kulte eng miteinander verwoben war. Die Enzyklopädie Britannica macht die folgende Aussage über die Metragen und christlichen Mysterien. Der brüderliche und demokratische Geist der ersten Gemeinschaften und ihr bescheidener Ursprung, die Identifizierung des Objekts der Anbetung mit dem Licht und der Sonne, die Legenden der Hirten mit ihren Gaben und ihrer Anbetung, der Sintflut und der Arche, die Darstellung des feurigen Wagens in der Kunst, das Schöpfen von Wasser aus dem Felsen, die Verwendung von Glocke und Kerze, Weihwasser und Abendmahl, die Heiligung des Sonntags und des 25. Dezember, das Beharren auf sittlichem Verhalten, die Betonung von Enthaltsamkeit und Selbstbeherrschung, die Lehre von Himmel und Hölle, von der Uroffenbarung, von der Vermittlung durch den Logos, der vom Göttlichen ausgeht, das Sühneopfer, der ständige Kampf zwischen Gut und Böse und dem endgültigen Triumph des Guten, der Unsterblichkeit der Seele, dem letzten Gericht, die Auferstehung des Fleisches und die feurige Zerstörung des Universums. Dies sind einige der Ähnlichkeiten, die es dem Mitraismus, ob real oder nur scheinbar, ermöglichten, seinen Widerstand gegen das Christentum aufrecht zu erhalten. Die Rituale des Mitras wurden in Höhlen durchgeführt. Porphyr in seiner Höhle der Nymphen erklärt, dass Zarathustra der Erste war, der eine Höhle zur Verehrung Gottes weihte, weil eine Höhle ein Symbol für die Erde oder die untere Welt der Dunkelheit war. Der sogenannte Stuhl des Heiligen Petrus in Rom wurde vermutlich in einem der heidnischen Mysterien verwendet, möglicherweise der des Mithras, in dessen unterirdischen Grotten sich die Anhänger der christlichen Mysterien in den frühen Tagen ihres Glaubens trafen. Godfrey Higgins schreibt in Anakalypsis, dass im Jahr 1662 bei der Reinigung dieses heiligen Stuhls die zwölf Taten des Herkules entdeckt wurden und dass die Franzosen später auf demselben Stuhl das mohammedanische Glaubensbekenntnis in arabischer Sprache entdeckten. Die Einweihung in die Riten des Mithras wie die Einweihung in viele andere antike Schulen der Philosophie bestand offenbar aus drei wichtigen Stufen. Die Vorbereitung auf diese Grade bestand in der Selbstreinigung, dem Aufbau der intellektuellen Kräfte und der Beherrschung der tierischen Natur. Im ersten Grad wurde dem Kandidaten eine Krone mit der Spitze eines Schwertes gegeben und er wurde in die Geheimnisse der verborgenen Macht des Mithras eingeweiht. Wahrscheinlich wurde er gelehrt, dass die goldene Krone seine eigene spirituelle Natur darstellte, die objektiviert und entfaltet werden müsse, bevor er Mithras wahrhaftig verherrlichen könne. Denn Mithras war seine eigene Seele, die als Vermittler zwischen Ormust, seinem Geist, und Ariman, seiner tierischen Natur, agierte. Im zweiten Grad wurde ihm die Rüstung der Intelligenz und der Reinheit verliehen und er wurde in die Dunkelheit der unterirdischen Gruben geschickt, um gegen die Bestien der Lust, der Leidenschaft und der Entartung zu kämpfen. Im dritten Grad erhielt er einen Umhang, auf den die Tierkreiszeichen und andere Zeichen gezeichnet oder gewebt waren. Nachdem seine Einweihungen beendet waren, wurde er als Auferstandener gefeiert und in den geheimen Lehren der persischen Mystiker unterrichtet und wurde ein vollwertiges Mitglied des Ordens. Kandidaten, die die mitraischen Einweihungen erfolgreich bestanden, wurden Löwen genannt und auf ihrer Stirn mit dem ägyptischen Kreuz gekennzeichnet. Mithras selbst wird oft mit dem Kopf eines Löwen und zwei Paar Flügeln dargestellt. Während des gesamten Rituals gab es immer wieder Hinweise auf die Geburt des Sonnengottes Mithras, sein Opfer für die Menschen, seinen Tod, damit die Menschen ewiges Leben haben und schließlich seine Auferstehung und die Rettung der ganzen Menschheit durch seine Fürsprache vor dem Thron des Ormuz. Der Mithras-Kult erreichte zwar nicht die philosophischen Höhen, die Zarathustra erreicht hatte, jedoch war seine Wirkung auf die Zivilisation der westlichen Welt weitreichend, denn zu einer bestimmten Zeit wurde fast ganz Europa zu seinen Lehren bekehrt. Rom hat in seinem Verkehr mit anderen Völkern diese mit ihren religiösen Prinzipien geimpft und in vielen späteren Institutionen war die mitraische Kultur zu finden. Der Verweis auf den Löwen und den Griff der Löwentatze im Meistergrad der Freimaurer haben eine starke mitraische Färbung und können leicht aus diesem Kult stammen. Eine Leiter mit sieben Sprossen erscheint in der mitraischen Einweihung. Farber ist der Meinung, dass diese Leiter ursprünglich eine Pyramide mit sieben Stufen war. Es ist möglich, dass die freimaurerische Leiter mit sieben Sprossen ihren Ursprung in diesem mitraischen Symbol hat. Frauen durften nie in den mitrasischen Orden eintreten, aber Kinder männlichen Geschlechts waren eingeweihte, lange bevor sie die Volljährigkeit erreichten. Die Weigerung, Frauen den Beitritt zum Freimaurer Orden zu erlauben, kann auf den esoterischen Grund zurückgeführt werden, der in den geheimen Anweisungen der Mitraiker gegeben ist. Dieser Kult ist ein weiteres hervorragendes Beispiel für jene Geheimgesellschaften, deren Legenden weitgehend symbolische Darstellungen der Sonne und ihrer Reise durch die Häuser des Himmels darstellen. Mithras, der sich aus einem Stein erhebt, ist lediglich die Sonne, die über den Horizont steigt oder wie die alten Annahmen über den Horizont hinaussteigt, und zwar zur Frühlingstag- und Nachtgleiche. John O'Neill bestreitet die Theorie, die das Mithras als Sonnengott gedacht war. In Die Nacht der Götter schreibt er, der avestische Mithra, der Jasata des Lichts, hat zehntausend Augen, hoch, mit vollem Wissen, stark, schlaflos und immer wach. Auch der höchste Gott Ahura Master hat Die Theorie, dass Mithra ursprünglich ein Titel des obersten Himmelsgottes war und damit die Sonne außer Kraft setzt, ist die einzige, die alle Anforderungen erfüllt. Es wird offensichtlich sein, dass wir hier eine Fülle von Ursprüngen für das Freimaurer Auge und sein Nunquam Dormio haben. Laut Alexander Wilder die mitraischen Riten lösten die Mysterien des Bachus ab und wurden die Grundlage des gnostischen Systems, das viele Jahrhunderte lang in Asien, Ägypten und sogar im fernen Westen vorherrschte. Teil 2 Die gesamte Geschichte des christlichen und heidnischen Gnostizismus ist in tiefste Geheimnisse und Dunkelheit gehüllt. Denn, obwohl die Gnostiker zweifelsohne produktive Schriftsteller waren, hat nur wenig ihrer Literatur überlebt. Sie zogen die Feindseligkeit der frühen christlichen Kirche auf sich und als diese Institution ihre Stellung als Weltmacht erreichte, zerstörte sie alle verfügbaren Aufzeichnungen über den gnostischen Kultus. Der Name Gnostik bedeutet Weisheit oder Wissen und ist vom griechischen Wort Gnosis abgeleitet. Die Mitglieder des Ordens behaupteten, mit den Geheimlehren des frühen Christentums vertraut zu sein. Sie interpretierten die christlichen Mysterien entsprechend der heidnischen Symbolik. Ihr geheimes Wissen und ihre philosophischen Lehren verbargen sie vor der Weltöffentlichkeit und lehrten diese nur einer kleinen Gruppe von besonders Eingeweihten. Simon Magus, der Magier aus dem Neuen Testament, wird oft als der Begründer des Gnosticismus bezeichnet. Wenn dies wahr ist, entstand die Sekte im Jahrhundert nach Christus und ist wahrscheinlich der erste der vielen Zweige, die aus dem Hauptstamm des Christentums entstanden sind. Alles, womit die Anhänger der frühen christlichen Kirche nicht einverstanden waren, erklärten sie als vom Teufel inspiriert. Dass Simon Magus geheimnisvolle und übernatürliche Kräfte besaß, wird sogar von seinen Feinden zugegeben. Aber sie behaupteten, dass diese Kräfte ihm von den höllischen Geistern und Furien geliehen wurden, die, wie sie behaupteten, seine ständigen Begleiter waren. Zweifellos ist die interessanteste Legende über Simon diejenige, die von seinen theosophischen Auseinandersetzungen mit dem Apostel Petrus erzählt, als die beiden in Rom ihre unterschiedlichen Lehren verkündeten. Nach der Geschichte, die die Kirchenväter bewahrt haben, sollte Simon seine geistige Überlegenheit beweisen, indem er in einem feurigen Wagen in den Himmel aufstieg. Er wurde tatsächlich von unsichtbaren Kräften aufgefangen und viele Meter in die Luft getragen. Als der heilige Petrus dies sah, rief er mit lauter Stimme und befahl den Dämonen, den Luftgeistern, den Zauberer loszulassen. Auf den Befehl des großen Heiligen hin waren die bösen Geister gezwungen zu gehorchen. Simon stürzte in die Tiefe und wurde getötet, was die Überlegenheit der christlichen Mächte entscheidend bewies. Diese Geschichte ist zweifelsohne frei erfunden, denn sie ist nur einer von vielen Berichten über seinen Tod, von denen nur wenige übereinstimmen. Da immer mehr Beweise dafür gesammelt werden, dass Petrus nie in Rom war, wird auch der letzte Rest an Authentizität schnell verschwinden. Es besteht kein Zweifel, dass Simon ein Philosoph war, denn wo immer seine genauen Worte erhalten sind, werden seine synthetischen und transzendenten Gedanken wunderbar zum Ausdruck gebracht. Die Prinzipien des Gnosticismus sind in der folgenden wortwörtlichen Aussage von ihm gut beschrieben, von der angenommen wird, dass sie von Hippolytus aufbewahrt wurde. zu zu euch sage ich also was ich sage und schreibe was ich schreibe und die Schrift ist diese von den universellen Äonen gibt es zwei Triebe ohne Anfang und Ende die aus einer Wurzel entspringen die die unsichtbare Kraft ist unbegreifliche Stille von diesen Sprossen ist einer von oben manifestiert das ist die große Kraft der universelle Geist der alle Dinge ordnet männlich und der andere von unten der große Gedanke weiblich der alle Dinge hervorbringt indem sie sich also miteinander paaren vereinen sie sich und manifestieren die mittlere Entfernung die unbegreifliche Luft ohne Anfang und Ende in ihr ist der Vater der alle Dinge aufrecht erhält und die Dinge nährt die einen Anfang und ein Ende haben darunter ist zu verstehen dass die Manifestation das Ergebnis eines positiven und eines negativen Prinzips ist wobei das eine auf das andere einwirkt und sie findet auf der mittleren Ebene oder dem Punkt des Gleichgewichts der Pleroma genannt wird statt dieses Pleroma ist eine eigentümliche Substanz die aus der Verschmelzung der geistigen und materiellen Äonen hervorgeht Im gnostischen System gab es drei Paare von Gegensätzen Sicygien genannt diese bilden zusammen mit ihm selbst die Gesamtzahl von sieben die sechs Äonen die lebendigen göttlichen Prinzipien wurden von Simon in der Philosoph Humena auf folgende Weise beschrieben die ersten beiden waren der Geist und der Gedanke dann kamen die Stimme und ihr Gegenstück der Name und schließlich die Vernunft und die Reflexion aus diesen ursprünglichen sechs vereint mit der ewigen Flamme entstanden die Äonen die Engel die die unteren Welten unter der Leitung des Demiogos Bildeten Wie dieser erste Gnosticismus von Simon Magus und Menander seinem Schüler von späteren Anhängern des Kultes erweitert und häufig entstellt wurde muss nun untersucht werden Die Schule des Gnosticismus gliederte sich in zwei große Teile die gemeinhin der syrische Kult und der alexandrinische Kult genannt wurden Diese Schulen stimmten in den wesentlichen Punkten überein aber die letztere Abteilung neigte eher zum Pantheismus während die erste dualistisch war Während der syrische Kult weitgehend simonianisch war war die alexandrinische Schule das Ergebnis der philosophischen Schlussfolgerungen eines klugen ägyptischen Christen namens Basilides der behauptete seine Anweisungen vom Apostel Matthäus erhalten zu haben Wie Simon Magus war er ein Emanationist mit neuplatonischen Neigungen In der Tat basiert das gesamte gnostische Mysterium auf der Hypothese der Emanationen als logische Verbindung zwischen den unversöhnlichen Gegensätzen absoluter Geist und absolute Substanz die nach Ansicht der Gnostiker in der Ewigkeit nebeneinander existierten Einige behaupten Basilides sei der wahre Begründer des Gnostizismus aber es gibt viele Beweise dafür dass Simon Magus die grundlegenden Prinzipien im vorangegangenen Jahrhundert festlegte Der Alexandriner Basilides vermittelte seinen Anhängern ägyptischer Hermetik orientalischen Okkultismus kaldäische Astrologie und persische Philosophie und er versuchte in seinen Lehren die Schulen des frühen Christentums mit den alten heidnischen Mysterien zu vereinen Ihm wird die Formulierung jenes eigentümlichen Konzepts der Gottheit zugeschrieben das den Namen von Abraxas trägt Bei der Erörterung der ursprünglichen Bedeutung dieses Wortes hat Godfrey Higgins in seinem Werk Celtic Druids nachgewiesen dass die numerologischen Kräfte der Buchstaben die das Wort Abraxas bilden zusammen die Summe von 365 ergeben derselbe Autor stellte auch fest dass der Name Mithras wenn er auf ähnliche Weise behandelt wird denselben numerischen Wert hat Basilides stellte fest dass die Kräfte des Universums in 365 Äonen oder spirituelle Zyklen unterteilt waren und dass die Summe all dieser der höchste Vater ist ihm gab er die kabbalistische Bezeichnung Abraxas als symbolisch numerologisch für seine göttlichen Kräfte Attribute und Emanationen Abraxas wird gewöhnlich als zusammengesetztes Wesen symbolisiert das den Körper eines Menschen und den Kopf eines Hahns hat und jedes seiner Beine in einer Schlange endet C.W. King gibt in seinem Werk Gnostics and their remains die folgende knappe Beschreibung der gnostischen Philosophie des Basilides und zitiert dabei aus den Schriften des frühchristlichen Bischofs und Märtyrers St. Irenaeus Er behauptete dass Gott der ungeschaffene ewige Vater zuerst den Nus den Geist hervorgebracht hat dieser den Logos das Wort dieser wiederum Phronesis Intelligenz aus Phronesis entspringt Sophia Weisheit und Dynamis Stärke In seiner Beschreibung von Abraxas sagt C.W. King Bellermann hält das zusammengesetzte Bild das mit dem eigentlichen Namen Abraxas beschriftet ist als einen gnostischen Pantheos der das höchste Wesen ist mit den fünf Emanationen die durch entsprechende Symbole gekennzeichnet sind Von dem menschlichen Körper der üblichen Gestalt der Gottheit entspringen die beiden Träger Nus und Logos ausgedrückt in den Schlangen den Symbolen der inneren Sinne und des belebenden Verstandes weshalb die Griechen die Schlange zum Attribut der Palas machten Sein Kopf der eines Hahns steht für Phronesis den Vogel der das Symbol der Voraussicht und Wachsamkeit ist Seine beiden Arme halten die Symbole der Sophia und der Dynamis den Schild der Weisheit und die Peitsche der Macht Die Gnostiker waren geteilter Meinung in Bezug auf den Demiurgus den Schöpfer der unteren Welten Er schuf das irdische Universum mit Hilfe von sechs Söhnen oder Emanationen möglicherweise die planetarischen Engel die er aus sich selbst heraus und doch in sich selbst formte Wie bereits erwähnt wurde der Demiurgus als die niedrigste Schöpfung aus der Pleroma genannten Substanz individualisiert Einige Gnostiker vertraten die Ansicht dass der jüdische Gott Jehova der Demiurgus sei Dieses Konzept unter einem etwas anderen Namen beeinflusste offenbar das mittelalterliche Rosenkreuzertum das Jehova als den Herrn des materiellen Universums und nicht als die höchste Gottheit ansah Die Mythologie ist reich an Geschichten von Göttern die sowohl die himmlische als auch die irdische Natur in sich trugen Odin aus Skandinavien ist ein gutes Beispiel für eine Gottheit die der Sterblichkeit unterworfen ist sich den Gesetzen der Natur beugt und dennoch zumindest in gewisser Hinsicht eine höchste Gottheit ist Die gnostische Sichtweise in Bezug auf den Christus ist durchaus eine Überlegung wert dieser Orden behauptete die einzige Sekte zu sein die tatsächliche Bilder des göttlichen Syras besaß Während diese aller Wahrscheinlichkeit nach idealistische Vorstellungen des Erlösers waren die auf vorhandenen Skulpturen und Gemälden der heidnischen Sonnengötter basierten waren sie alles was das Christentum besaß Für die Gnostiker war der Christus die Verkörperung des Nus des göttlichen Geistes und entsprang aus den höheren geistigen Eonen Er stieg bei der Taufe in den Körper Jesu hinab und verließ ihn wieder vor der Kreuzigung Die Gnostiker erklärten der Christus sei nicht gekreuzigt worden da dieser göttliche Nus den Tod nicht erleiden konnte sondern dass Simon der Kyrena stattdessen sein Leben geopfert habe und dass der Nus durch seine Kraft Simon dazu gebracht habe Jesus zu gleichen Irenaeus macht folgende Aussage über das kosmische Opfer des Christus Als der ungeschaffene namendlose Vater die Verderbtheit der Menschen sah sandte er seinen Erstgeborenen Nus in die Welt in der Gestalt Christi zur Erlösung aller die an ihn glauben aus der Macht derer die die Welt erschaffen haben der dem Jurgus und seine sechs Söhne die planetarischen Genien er erschien unter den Menschen als der Mensch Jesus und vollbrachte Wunder Die Gnostiker unterteilten die Menschheit in drei Teile Diejenigen die wie die Wilden nur die sichtbare Natur verehrten Diejenigen die wie die Juden den Demiurk verehrten und schließlich sich selbst oder andere mit einem ähnlichen Kult einschließlich bestimmter christlicher Sekten die Nus also Christus und das wahre geistige Licht der höheren Äonen verehrten Nach dem Tod von Basilides wurde Valentinus die führende Inspiration der gnostischen Bewegung Er verkomplizierte das System der gnostischen Philosophie noch weiter indem er unendlich viele Details hinzufügte Er erhöhte die Anzahl der Emanationen des großen Einen des Abyss auf 15 Paare und legte auch großen Wert auf die Jungfrau Sophia oder Weisheit James Freeman Clark sagt wenn er über die Lehren der Gnostiker spricht diese Lehren so seltsam sie uns auch erscheinen mögen hatten einen großen Einfluss auf die christliche Kirche Viele der Theorien der antiken Gnostiker vor allem die über wissenschaftliche Themen sind durch die moderne Forschung bestätigt worden Mehrere Sekten verzweigten sich vom Hauptstamm des Gnostizismus ab wie die Valentinianer die Uphiten die Schlangenanbeter und die Adamiten Nach dem dritten Jahrhundert schwand ihre Macht und die Gnostiker verschwanden praktisch aus der philosophischen Welt Während des Mittelalters wurde der Versuch unternommen die Prinzipien des Gnostizismus wiederzubeleben aber aufgrund der Zerstörung ihrer Aufzeichnungen war das notwendige Material nicht verfügbar Auch heute noch gibt es Beweise der Gnostischen Philosophie in der modernen Welt aber sie tragen andere Namen und ihr wahrer Ursprung wird nicht vermutet Viele der Gnostischen Konzepte wurden tatsächlich in die Dogmen der christlichen Kirche aufgenommen und unsere neueren Interpretationen des Christentums orientieren sich oft am Gnostischen Emanationismus Die Geheimnisse des Asahapi Die Identität des griechisch-ägyptischen Serapis bei den Griechen bekannt als Serapis und bei den Ägyptern als Asahapi ist von einem undurchdringlichen Schleier des Geheimnisses umhüllt Während diese Gottheit eine vertraute Figur unter den Symbolen der geheimen ägyptischen Initiationsriten war wurde seine geheimnisvolle Natur nur denjenigen offenbart die die Anforderungen des Serapik Kultus erfüllten Mit Ausnahme der eingeweihten Priester wussten die Ägypter daher höchst wahrscheinlich selbst nichts von seinem wahren Charakter Soweit bekannt gibt es keine authentischen Berichte über die Riten des Serapis aber eine Analyse der Gottheit und der sie begleitenden Symbole offenbart ihre wichtigsten Punkte in einem Orakel das dem König von Zypern zugestellt wurde beschrieb sich Serapis folgendermassen ein Gott bin ich wie ich dir zeige der Sternenhimmel ist mein Haupt mein Rumpf das Meer die Erde bildet meine Füße meine Ohren versorgen die Luft der Sonne weitreichende leuchtende Strahlen meine Augen Es wurden mehrere unbefriedigende Versuche unternommen das Wort Serapis zu etymologisieren Gottfried Higgins stellt fest dass Soros der Name war den die Ägypter einem Stein Sarg gaben und Apis die Inkarnation von Usiris in einem heiligen Stier war Die Kombination dieser beiden Wörter ergibt Soros Apis oder Sorapis das Grab des Stiers Aber es ist unwahrscheinlich dass die Ägypter einen Sarg in Form eines Menschen verehren würden Mehrere antike Autoren darunter Makrobius haben behauptet dass Serapis ein Name für die Sonne war weil sein Bild so oft einen Lichtkranz um sein Haupt hatte In seiner Oration upon the Sovereign Son spricht Julian mit diesen Worten über die Gottheit Ein Jove ein Pluto eine Sonne ist Serapis Im Hebräischen heißt Serapis Sarav was Auflodern oder Aufflammen heißt Aus diesem Grund bezeichneten die Juden eine ihrer Hierarchien von geistigen Wesen Seraphim C.W. King glaubt dass Serapis eine Gottheit brahmanischer Herkunft ist Sein Name ist die griechisierte Form von Serada oder Sriba zwei Titel die Yama zugeschrieben werden dem hinduistischen Gott des Todes Dies erscheint plausibel zumal es eine Legende gibt die besagt dass Serapis in Gestalt eines Stiers von Bacchus von Indien nach Ägypten getrieben wurde Der Vorrang der Hindu Mysterien würde eine solche Theorie weiter untermauern weitere Bedeutungen die für das Wort Serapis vorgeschlagen werden sind unter anderem der heilige Stier die Sonne im Stier die Seele des Usiris und die heilige Schlange Es gibt zahlreiche Hinweise darauf dass die berühmte Statue des Serapis im Serapeum von Alexandria ursprünglich unter einem anderen Namen in Sinope verehrt wurde von wo sie nach Alexandria gebracht wurde Es gibt auch eine Legende die besagt dass Serapis ein sehr früher König der Ägypter war dem sie die Grundlage ihrer philosophischen und wissenschaftlichen Macht verdankten Nach seinem Tod wurde dieser König in den Stand eines Gottes erhoben Philaichus erklärte das Wort Serapis bedeute die Kraft die das Universum in seine schöne Ordnung gebracht hat In seinem Werk Isis und Osiris berichtet Plutarch über die Entstehung der prächtigen Statue des Serapes die im Serapeum in Alexandria stand Als er Pharao von Ägypten war hatte Ptolemaeus Sotha einen seltsamen Traum in dem er eine riesige Statue erblickte die zum Leben erwachte und dem Pharao befahl sie so schnell wie möglich nach Alexandria zu bringen Ptolemaeus Sotha der nicht wusste wo sich die Statue befand war sehr verwirrt darüber wie er sie finden könnte Während der Pharao seinen Traum erzählte meldete sich ein großer Reisender namens Sosibius und erklärte er habe ein solches Bildnis in Sinope gesehen Der Pharao schickte sofort Sotheles und Dionysus um über die Überführung der Figur nach Alexandria zu verhandeln Drei Jahre verstrichen bis das Bildnis schließlich in den Besitz der Vertreter des Pharaos gelangte die es schließlich stahlen und den Diebstahl vertuschten indem sie die Geschichte verbreiteten die Statue sei zum Leben erwacht und auf der Straße die von ihrem Tempel weg führte an Bord des Schiffes gegangen das für den Transport nach Alexandria vorbereitet war nach ihrer Ankunft in Ägypten wurde die Figur zu den zwei ägyptischen eingeweihten dem Eumolpiden Timotheus und Maneto dem Sebinit gebracht die sie sofort für Serapes erklärten die Priester erklärten dann dass es gleichwertig mit Pluto sei dies war ein meisterhafter Schachzug denn in Serapes fanden die Griechen und Ägypter eine gemeinsame Gottheit und so wurde die religiöse Einheit zwischen den beiden Völkern vollendet mehrere Figuren des Serapes die in seinen verschiedenen Tempeln in Ägypten und Rom standen wurden von frühen Autoren beschrieben fast alle zeigten eher griechischen als ägyptischen Einfluss bei einigen war der Körper des Gottes von den Windungen einer großen Schlange umschlossen andere zeigten ihn als eine Mischung aus Osiris und Apis Eine Beschreibung des Gottes die aller Wahrscheinlichkeit nach einigermaßen zutreffend ist ist die die ihn als eine große mächtige Gestalt darstellt die den doppelten Eindruck von männlicher Stärke und weiblicher Anmut repräsentiert sein Gesicht zeigte eine tief nachdenkliche Stimmung der Ausdruck zu Traurigkeit neigend sein Haar war lang und in einer etwas femininen Weise und ruhte in Locken auf seiner Brust und seinen Schultern Das Gesicht war abgesehen von seinem schweren Bart ebenfalls ausgesprochen weiblich Die Figur des Serapes war gewöhnlich von Kopf bis Fuß in schwere Tücher gehüllt die nach Ansicht der Eingeweihten die Tatsache verbergen sollten dass sein Körper androgyn war Für die Herstellung der Serapes Statuen wurden verschiedene Substanzen verwendet Einige wurden zweifelsohne von geschickten Handwerkern aus Stein oder Marmor gemeißelt Andere wurden aus unedlen oder Edelmetallen gegossen Ein Koloss des Serapes bestand aus Platten aus verschiedenen Metallen zusammengefügt In In einem dem Serapes geweihten Labyrinth stand eine 13 Fuß hohe Statue von ihm die aus einem einzigen Smaragd gefertigt worden sein soll Moderne Autoren die sich mit diesem Bildnis beschäftigen erklären dass sie aus grünem Glas hergestellt wurde das in eine Form gegossen wurde den Ägyptern zufolge hielt er jedoch allen Prüfungen eines echten Smaragds stand Clemens von Alexandria beschreibt eine Figur des Serapes die aus folgenden Elementen zusammengesetzt ist 1. Pfeilspäne aus Gold Silber Blei und Zinn 2. alle Arten ägyptischer Steine darunter Saphire Hämatite Smaragde und Topase All diese wurden gemahlen und vermischt Das Ergebnis war eine seltene und seltsame Figur von Indigo blauer Farbe Einige der Serapis Statuen müssen aus extrem harten Substanzen geformt worden sein Denn als ein christlicher Soldat der das Edikt des Theodosius ausführte den alexandrinischen Serapis mit seiner Axt schlug zersplitterte dieses Instrument in Stücke und Funken flogen von ihm Es ist auch ziemlich wahrscheinlich dass Serapis in Form einer Schlange verehrt wurde so wie viele der höheren Gottheiten des ägyptischen und griechischen Pantheons Serapis wurde Theon Heptagrammaton genannt oder der Gott mit dem Namen aus sieben Buchstaben Der Name Serapis enthält wie Abraxas und Mithras sieben Buchstaben In ihren Hymnen an Serapis rezitierten die Priester die sieben Vokale Gelegentlich wird Serapis mit Hörnern oder einem Kranz aus sieben Strahlen dargestellt Diese repräsentierten offensichtlich die sieben göttlichen Intelligenzen die sich durch das Sonnenlicht manifestieren Die Enzyklopädie Britannica stellt fest dass die früheste authentische Erwähnung von Serapis im Zusammenhang mit dem Tod von Alexander steht Das Ansehen von Serapis war so groß dass er als einziger der Götter für den sterbenden König zu Rate gezogen wurde Die ägyptische Geheimschule der Philosophie war in kleine und große Mysterien unterteilt wobei die ersteren der Isis und die letzteren dem Serapis und Usiris geweiht waren Wilkinson ist der Meinung dass nur die Priester zu den großen Mysterien zugelassen waren selbst der Thronfolger war nicht berechtigt bis er zum Pharao gekrönt worden war Eine begrenzte Anzahl wurde zu den großen Mysterien zugelassen Diese bewahrten ihre Geheimnisse unantastbar Ein Großteil der Informationen über die Rituale der höheren Grade der ägyptischen Mysterien wurden bei der Untersuchung der Kammern und Gänge festgestellt in denen die Einweihungen stattfanden Unter dem von Theodosius zerstörten Tempel des Serapes wurden seltsame mechanische Vorrichtungen gefunden die von den Priestern in den unterirdischen Krypten und Kavernen in denen die nächtlichen Initiationsräten stattfanden konstruiert wurden Diese Maschinen weisen auf die schweren moralischen und physischen Mutproben hin denen sich die Kandidaten unterzogen haben Nach dem Durchlaufen dieser qualvollen Wege wurden die Neophyten die die Torturen überlebten in die Gegenwart von Serapes geführt einer edlen und ehrfurcht gebietenden Gestalt die von unsichtbaren Lichtern erleuchtet wurde Labyrinthe waren auch ein auffälliges Merkmal im Zusammenhang mit dem Reis des Serapes und E.A. Wallace Butch stellt in seinem Werk Gods of the Egyptians Serapes mit dem Körper eines Menschen und dem Kopf eines Stiers dar Labyrinthe waren symbolisch für die Verstrickungen und Illusionen der unteren Welt durch die die menschliche Seele nach Wahrheit sucht Im Labyrinth wohnt der niedere tierische Mensch mit dem Stierkopf der danach trachtet die Seele zu zerstören die sich im Labyrinth der weltlichen Unwissenheit verfangen hat In dieser Beziehung wird Serapes der Prüfer oder Widersacher der die Seelen derer prüft die die Vereinigung mit den Unsterblichen suchen Die gnostischen Mysterien waren mit der geheimnisvollen Bedeutung von Serapes vertraut und durch den Gnosticismus wurde dieser Gott untrennbar mit dem frühen Christentum verbunden Tatsächlich erklärte Kaiser Adrian als er im Jahr 24 nach Christus durch Ägypten reiste in einem Brief an Servianus dass die Verehrer von Serapes Christen waren und dass die Bischöfe der Kirche ihn auch in seinem Heiligtum verehrten Er erklärte sogar dass der Patriarch selbst als er in Ägypten war gezwungen war sowohl Serapes als auch Christus anzubeten Serapes verdrängte nach und nach die Positionen die zuvor die anderen ägyptischen und griechischen Götter eingenommen hatten und wurde zur obersten Gottheit beider Religionen Seine Macht dauerte bis in das vierte Jahrhundert der christlichen Ära Im Jahr 385 nach Christus erließ Theodosius der Möchtegern Vernichter der heidnischen Philosophie sein denkwürdiges Edikt De Idolo Serapides Diruendo Als die christlichen Soldaten diesem Befehl folgend das Serapeum in Alexandria betraten um das Bildnis des Serapes zu zerstören das dort jahrhundertelang gestanden hatte war ihre Verehrung für den Gott so groß dass sie es nicht wagten das Bild zu berühren damit sich nicht der Boden unter ihren Füßen öffnen und sie verschlingen würde Als sie schließlich ihre Angst überwunden hatten zerstörten sie die Statue plünderten das Gebäude und verbrannten schließlich als krönenden Abschluss ihres Vergehens die prächtige Bibliothek die sich in den hohen Gemächern des Gebäudes befand mehr mehrere Autoren haben die bemerkenswerte Tatsache festgehalten dass christliche Symbole in den zerstörten Fundamenten dieses heidnischen Tempels gefunden wurden die odinischen Geheimnisse das Datum der Gründung der odinischen Mysterien ist ungewiss einige Autoren erklären dass sie im ersten Jahrhundert vor Christus gegründet wurden andere im ersten Jahrhundert nach Christus Robert McCoy gibt die folgende Beschreibung ihres Ursprungs aus den nördlichen Chroniken geht hervor dass im ersten Jahrhundert der christlichen Zeit Rechnung Sigge der Häuptling der Aser eines asiatischen Stammes vom Kaspischen Meer und dem Kaukasus nach Nordeuropa auswanderten Sein Weg führte ihn vom Schwarzen Meer in nordwestlicher Richtung nach Russland über das er der Überlieferung nach einen seiner Söhne als Herrscher einsetzte wie er es auch bei den Sachsen und bei den Franken getan haben soll Dann zog er durch Zimbrien nach Dänemark das seinen fünften Sohn Skjöl als Herrscher anerkannte und zog weiter nach Schweden wo Ilf regierte der dem wunderbaren Fremden huldigte und in seine Geheimnisse eingeweiht wurde bald machte er sich hier zum Herrscher baute Sey Thuna zur Hauptstadt seines Reiches verkündete ein neues Gesetzbuch und führte die heiligen Mysterien ein Er selbst nahm den Namen Odin an gründete die Priesterschaft der Zwölf Drottas Druiden die den geheimen Kult und die Rechtsprechung leiteten und als Propheten die Zukunft voraussagten Die geheimen Riten dieser Mysterien feierten den Tod von Baldr dem Schönen und Lieblichen und sie stellten die Trauer der Götter und Menschen über seinen Tod und seine Wieder Auferstehung dar Nach seinem Tod wurde der historische Odin apotheotisiert seine Identität verschmolz mit der des mythologischen Odin des Gottes der Weisheit dessen Kult er verkündet hatte Der Odinismus hat dann die Verehrung von Thor dem Donnerer der höchsten Gottheit des alten skandinavischen Pantheons abgelöst Der Grabhügel auf dem der Legende nach König Odin begraben wurde ist noch immer in der Nähe seines großen Tempels in Uppsala zu sehen Die zwölf Drotharen die den Odinischen Mysterien vorstanden verkörperten offensichtlich die zwölf heiligen und unaussprechlichen Namen des Odin Die Rituale der Odinischen Mysterien waren denen der Griechen Perser und Brahmanen sehr ähnlich Die Drotharen die Tierkreiszeichen symbolisierten waren die Hüter der Künste und Wissenschaften die sie denjenigen offenbarten die die Prüfungen der Einweihung bestanden hatten Wie viele andere heidnische Kulte wurden die Odinischen Mysterien als Institution durch das Christentum zerstört aber die eigentliche Ursache für ihren Untergang war die Korruption der Priesterschaft Mythologie ist fast immer das Ritual und die Symbolik einer Mysterienschule Kurz gesagt das heilige Drama das die Grundlage der Odinischen Mysterien bildete sah folgendermaßen aus Der oberste unsichtbare Schöpfer aller Dinge wurde Allvater genannt Sein Regent in der Natur war Odin der einäugige Gott Wie Ketzerkortl wurde Odin in den Rang einer obersten Gottheit erhoben Den Drotharen zufolge wurde das Universum aus dem Körper von Ymir dem Reifriesen geschaffen Ymir wurde aus den Nebelwolken geformt die aus Ginnungagab aufstiegen der großen Kluft im Chaos in die die urzeitlichen Frost und Flammenriesen Schnee und Feuer geschleudert hatten Die drei Götter Odin Willi und We schleuderten Ymir und formten aus ihm die Welt Aus den verschiedenen Gliedern Ymirs wurden die verschiedenen Teile der Natur geformt Nachdem Odin die Ordnung hergestellt hatte ließ er auf einem Berggipfel einen wunderbaren Palast errichten der Asgard genannt wurde Hier wohnten die zwölf Götter zusammen weit über die Grenzen der Sterblichen hinaus Auf diesem Berg befand sich auch Valhalla der Palast der Erschlagenen in dem die heldenhaft gestorbenen Tag für Tag kämpften und sich labten Jede Nacht wurden ihre Wunden geheilt und das Wildschwein dessen Fleisch sie aßen erneuerte sich so schnell wie es verzehrt wurde Balder der Schöne der skandinavische Christus war der geliebte Sohn von Odin Balder war nicht kriegerisch sein freundlicher und schöner Geist brachte Frieden und Freude in die Herzen der Götter und sie alle liebten ihn bis auf einen so wie Jesus einen Judas unter seinen zwölf Jüngern hatte so war einer der zwölf Götter falsch Loki die Personifikation des Bösen Loki versucht den blinden Gott des Schicksals dazu zu bringen Balder mit einem Mistel Pfeil zu erschießen mit dem Tod von Balder verschwanden Licht und Freude aus dem Leben der anderen Götter mit gebrochenem Herzen versammelten sich die Götter um eine Methode zu finden mit der sie den Geist des ewigen Lebens und der Jugend wiederbeleben konnten das Ergebnis war die Gründung der Mysterien die Odinischen Mysterien wurden in unterirdischen Krypten oder Höhlen abgehalten wobei die neuen Kammern die neuen Welten der Mysterien repräsentieren dem Kandidaten der Zulassung wurde die Aufgabe zugewiesen Balder von den Toten aufzuerwecken obwohl er es nicht realisierte spielte er selbst die Rolle von Balder er nannte sich selbst einen Wanderer die Höhlen durch die er ging waren symbolisch für die Welten und Sphären der Natur die Priester die ihn einweiten symbolisierten die Sonne den Mond und die Sterne die drei obersten Initiatoren der Erhabene der dem Erhabenen Gleichgestellte und der Höchste waren vergleichbar mit dem Worshipful Master Junior und Senior Wardens einer Freimaurer Loge nachdem er stundenlang durch die verschlungenen Gänge gewandert war wurde der Kandidat einer Statue von Balder dem schönen dem Prototyp aller Eingeweihten der Mysterien vorgeführt diese Figur stand in der Mitte einer großen mit Schilden überdachten Wohnung in der Mitte des Raumes stand eine Pflanze mit sieben Blüten das Symbol der Planer in diesem Raum der das Haus der Götter oder der Weisheit symbolisierte legte der Neophyt seinen Eid der Verschwiegenheit und Frömmigkeit auf die nackte Klinge eines Schwertes ab er trank den geweihten Met aus einer Schale die aus einem menschlichen Schädel gefertigt war und nachdem er erfolgreich alle Qualen und Prüfungen bestanden hatte die ihn vom Weg der Weisheit abbringen sollten wurde ihm schließlich erlaubt das Geheimnis von Odin zu lüften der Personifikation der Weisheit es wurde ihm im Namen Baldas der heilige Ring des Ordens überreicht er wurde als ein wiedergeborener Mensch gefeiert und man sagte von ihm er sei gestorben und wieder auferstanden ohne durch die Pforten des Todes zu gehen Richard Wagners unsterbliche Komposition der Ring des Nibelungen basiert auf den Mysterien Ritualen des Odin Kultes der große Komponist nahm sich zwar viele Freiheiten bei der ursprünglichen Geschichte die Ring Opern aber die als die großartigste Tetralogie von Musikdramen die die Welt besitzt gelten haben auf bemerkenswerte Weise die Majestät und Kraft der ursprünglichen Sagen beginnend mit das Rheingold führt die Handlung über die Walküre und Siegfried zu einem beeindruckenden Höhepunkt in der Götterdämmerung Teil 3 Das berühmteste der antiken religiösen Mysterien waren die Eleusinischen Mysterien deren Rituale alle fünf Jahre in der Stadt Eleusis gefeiert wurden um Ceres sie wurde auch Demeter Rhea oder Isis genannt und ihre Tochter Persephone zu ehren Die Eingeweihten Dramen Hecathone ihn zum waren im Wesentlichen Natur des Menschen ist nach dieser Doktrin ein Grab ein Sumpf ein falsches und unbeständiges Ding die Quelle allen Kummers und Leidens Platon bezeichnet den Körper als das Grab der Seele und meint damit nicht nur die menschliche Form sondern auch die menschliche Natur Der Kernpunkt des Eloisinischen Arguments war dass der Mensch nach dem Tod weder besser noch weiser ist als zu Lebzeiten Wenn er sich nicht über Unwissenheit erhebt während seines Aufenthaltes hier geht der Mensch mit dem Tod in die Ewigkeit um dort für immer umher zu irren und dieselben Fehler zu machen die er hier gemacht hat Wenn er dem Verlangen nach materiellem Besitz hier nicht entwächst wird er es in die unsichtbare Welt mitnehmen wo er weil er das Verlangen niemals befriedigen kann endlose Qualen erleiden wird Dantes Inferno ist eine symbolische Beschreibung der Leiden derjenigen die ihre spirituelle Natur nie von den Begierden Gewohnheiten Sichtweisen und Beschränkungen ihrer plutonischen Persönlichkeiten befreit haben Diejenigen die sich nicht bemühten sich zu verbessern deren Seelen geschlafen haben gingen nach dem Tod in den Hades wo sie in Reihen liegend die ganze Ewigkeit hindurch schliefen wie sie im Leben geschlafen hatten Die ein unsterblich unsterblich unsichtbares selbst zu entfalten Ein alter Eingeweihter sagte einmal dass die Lebenden von den Toten beherrscht werden Nur diejenigen die mit dem eloisienischen Konzept des Lebens vertraut sind konnten diese Aussage verstehen Sie bedeutet dass die Mehrheit der Menschen nicht von ihren lebendigen Geistern sondern ihren sinnlosen also toten Tierpersönlichkeiten beherrscht werden Die Mystiker von Eloises betonten auch das Übel des Selbstmordes und erklärten dass es ein tiefes Geheimnis über dieses Verbrechen gäbe über das sie nicht sprechen könnten aber sie warnten ihre Jünger dass alle die sich das Leben nehmen ein großes Leid erfahren Dies stellt im Wesentlichen die esoterische Lehre dar die den Eingeweihten der kleinen Mysterien vermittelt wird Da sich der Grad weitgehend mit dem Elend derjenigen befasste die ihre philosophischen Möglichkeiten nicht genutzt hatten waren die Initiationskammern unterirdisch und die Schrecken des Hades wurden in einem komplizierten rituellen Drama anschaulich dargestellt Nach erfolgreichem Durchschreiten der verschlungenen Gänge mit ihren Prüfungen und Gefahren erhielt der Kandidat den Ehrentitel des Mystes eines in die Mysterien eingeweihten dies bedeutete dass jemand durch einen Schleier sah oder eine getrübte Sicht hatte es bedeutete auch dass der Kandidat zum Schleier gebracht worden war der Schleier die Prüfungen der kleinen Mysterien gegangen war und auch dann nicht immer waren Ceres der Mutter der Persephone geweiht und stellen sie als Wanderin durch die Welt auf der Suche nach ihrer entführten Tochter dar Ceres trug zwei Fackeln die Intuition und die Vernunft um ihr bei der Suche nach ihrem verlorenen Kind also der Seele zu helfen schließlich fand sie Persephone nicht weit entfernt in der Nähe von Eleusis und aus Dankbarkeit lehrte sie die Menschen dort den Anbau von Getreide was ihr heilig ist sie gründete auch die Mysterien Ceres erschien vor Pluto dem Gott der Seelen der Toten und bat ihn Persephone die Rückkehr in ihre Heimat zu ermöglichen Der Gott weigerte sich zunächst dies zu tun weil Persephone vom Granatapfel der Frucht der Sterblichkeit gegessen hatte schließlich ging er jedoch einen Kompromiss ein und gestattete Persephone die Hälfte des Jahres in der Oberwelt zu leben wenn sie die andere Hälfte des Jahres bei ihm in der Dunkelheit des Glaubten dass Persephone eine Manifestation der Sonnenenergie war die in den Wintermonaten mit Pluto unter der Erde lebte im Sommer aber mit der Göttin der Fruchtbarkeit wieder zurückkehrte Es gibt eine Legende dass die Blumen Persephone liebten und dass jedes Jahr wenn sie in die dunklen Gefilde des Pluto ging die Pflanzen und Sträucher vor Kummer sterben würden Während die profanen und Uneingeweihten ihre eigene Meinung zu diesen Themen hatten blieben die Wahrheiten der griechischen Allegorien vor den Priestern sicher nicht verborgen die allein die Erhabenheit dieser großen philosophischen und religiösen Parabeln erkannten So wie die kleinen Mysterien die vorgeburtliche Epoche des Menschen behandelten als das Bewusstsein in seinen neun Tagen embryologisch gesehen seinen neun Monaten in das Reich der Illusion hinabstieg und den Schleier der Unwirklichkeit annahm so erörterten die großen Mysterien die Prinzipien der spirituellen Regeneration und offenbarten den Eingeweihten nicht nur die einfachste sondern auch die direkteste und vollständigste Methode zur Befreiung ihrer höheren Natur von der Knechtschaft der materiellen Unwissenheit Wie Prometheus der Gipfel des Kaukasus gekettet war ist die höhere Natur des Menschen an seine unzulängliche Persönlichkeit gekettet Die neun Tage der Einweihung waren auch ein Symbol für die neuen Sphären durch die die menschliche Seele während des Prozesses eine irdische Form anzunehmen hindurch ging Die geheimen Übungen zur spirituellen Entfaltung die den Schülern der höheren Grade gegeben wurden sind unbekannt aber es gibt allen Grund zu der Annahme dass sie den brahmanischen Mysterien ähnlich waren denn es ist bekannt dass die eleusinischen Zeremonien mit den Sanskrit Worten Kongs on Pax geschlossen wurden Der Teil der Allegorie der sich auf die beiden sechsmonatigen Perioden bezieht von denen Persephone eine bei Pluto bleiben muss während sie in der anderen in die Oberwelt zurückkehren kann bietet Stoff für eine eingehende Betrachtung Es ist wahrscheinlich dass die Eleusinier erkannten dass die Seele den Körper während der Steilheit verlässt So würde Persephone als Königin von Plutos Reich während der Wachenstunden bleiben aber während der Schlafperioden in die geistigen Welten aufsteigen Der Eingeweihte wurde gelehrt wie er bei Pluto Fürsprache hält um Persephone der Seele des Eingeweihten den Aufstieg aus der Dunkelheit seiner materiellen Natur in das Licht des Verstehens zu erlauben Wenn er als einem Zustand der Dunkelheit unter der Erde hieß es die Götter würden auf den Gipfeln der Berge wohnen Ein bekanntes Beispiel ist der Olymp auf dem die zwölf Götter des griechischen Pantheons zusammenwohnten Auf und umgeben von Priestern in prächtigen Gewändern wurde er in die höchsten der geheimen Mysterien von Eleusis eingeweiht Am Ende dieser Zeremonie wurde er als Epoptes gepriesen was so viel bedeutet wie jemand der direkt wahrgenommen oder gesehen hat Aus diesem Grund wurde die Einweihung auch als Autopsie bezeichnet Dem Epoptes wurden dann bestimmte heilige Bücher übergeben wahrscheinlich in Chiffre geschrieben zusammen mit Steintafeln in die geheime Anweisungen eingraviert waren In The Obelisk and Freemasonry beschreibt John A. Y. C. die amtierenden Persönlichkeiten der eleusinischen Mysterien die die Einweihungen leiteten sie bestanden aus einem männlichen und einem weiblichen Hierophanten einem männlichen und einem weiblichen Fackelträger einem männlichen Herold und einem männlichen und einem weiblichen Altarwächter außerdem gab es zahlreiche kleinere Beamte er erklärt dass Nachbaufür dem Jurgos der Hierophant Platos den Schöpfer der Welt repräsentiert der Fackelträger die Sonne der Altardiener den Mond der Herold den Hermes oder Merkur und die anderen Beamten die Nebensterne aus den verfügbaren Aufzeichnungen aufzeichnungen hervor dass eine reihe von seltsamen und scheinbar übernatürlichen Phänomenen die Rituale begleiteten viele eingeweihte behaupten die lebenden Götter selbst gesehen zu haben ob dies das Ergebnis religiöser Ekstase war oder die tatsächliche Zusammenarbeit von unsichtbaren Mächten mit den sichtbaren Priestern bleibt ein Geheimnis In Metamorphosen beschreibt Apuleius was höchstwahrscheinlich seine Einweihung in die Eleusinischen Mysterien war Ich näherte mich den Grenzen des Todes und nachdem ich die Schwelle von Proserpine betreten hatte kehrte ich von ihr zurück und wurde durch alle Elemente getragen um Mitternacht sah ich die Sonne leuchtend in einem prächtigen Licht und ich näherte mich offenbar den Göttern unten und den Göttern oben und betete sie an Frauen und Kinder wurden zu den Eleusinischen Mysterien zugelassen und zu einer Zeit gab es buchstäblich Tausende von Eingeweihte Da diese riesige Schar nicht auf die höchsten spirituellen und mystischen Lehren vorbereitet war kam es zwangsläufig zu einer Spaltung innerhalb der Gesellschaft selbst Die höheren Lehren wurden nur einer begrenzten Anzahl von Eingeweihten gegeben die aufgrund ihrer überlegenen Mentalität ein umfassendes Verständnis der ihnen zugrunde liegenden philosophischen Konzepte zeigten Sokrates weigerte sich in die Eleusinischen Mysterien eingeweiht zu werden denn erkannte ihre Prinzipien ohne Mitglied des Ordens zu sein und erkannte dass die Mitgliedschaft seine Zunge versiegeln würde dass die Mysterien von Eleusis auf großen und ewigen Wahrheiten beruhten beweist die Verehrung die ihnen die großen Denker der antiken Welt entgegen brachten Uvarov fragt hätten Pinder Platon Cicero Epiktet mit solcher Bewunderung über sie gesprochen wenn der Hierophant sich damit begnügt hätte seine eigene Meinung oder die seines Ordens lautstark zu verkünden Der folgende Abschnitt aus Porphyr gibt eine recht angemessene Vorstellung von dem eleusinischen Symbolismus Da Gott ein leuchtendes Prinzip ist das inmitten des subtilsten Feuers wohnt bleibt er für immer unsichtbar für die Augen derer die sich nicht über das materielle Leben erheben Aus diesem Grund ist der Anblick von durchsichtigen Körpern wie Kristall parianische Marmor und sogar Elfenbein die Vorstellung des göttlichen Lichtes Wie der Anblick von Gold eine Vorstellung von seiner Reinheit erweckt denn Gold kann nicht besudelt werden Einige haben gedacht dass ein schwarzer Stein die Unsichtbarkeit des göttlichen Wesens bedeutet Um die höchste Vernunft auszudrücken wurde die Gottheit in menschlicher Gestalt dargestellt und schön denn Gott ist die Quelle der Schönheit verschiedenen Alters und den verschiedenen Haltungen sitzend oder aufrecht des einen oder des anderen Geschlechts als Jungfrau oder Jüngling als Ehemann oder Braut damit alle Schattierungen und Abstufungen zu erkennen sind 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 alles was leuchtet wurde später den Göttern zugeschrieben die Sphäre und alles was sphärisch ist dem Universum der Sonne und dem Mond manchmal auch dem Glück und der Hoffnung der Kreis und alle kreisförmigen Figuren für die Ewigkeit für die himmlischen Bewegungen für die Kreise und Zonen des Himmels der Schnitt der Kreise zu den Phasen des Mondes und Pyramiden und Obelisken auf das magmatische Prinzip und dadurch auf die Götter des Himmels ein Kegel steht für die Sonne ein Zylinder für die Erde der Phallus und das Dreieck ein Symbol der Matrix bezeichnen die Erzeugung die Eloisinischen Mysterien überlebten laut Hackythorn alle anderen und hörten erst fast 400 Jahre nach Christus auf als Institutionen zu existieren als sie schließlich von Theodosius unterdrückt wurden der alle die den christlichen Glauben nicht annahmen grausam vernichtete über diese größte aller philosophischen Institutionen sagte Cicero dass sie die Menschen nicht nur lehrten wie man lebt sondern auch wie man stirbt die orphischen Mysterien Orpheus der thrakische Barde der große Initiator der Griechen war nicht mehr als ein Mensch und wurde mehrere Jahrhunderte vor der christlichen Ära als Gottheit gefeiert gefeiert in Bezug auf Orpheus selbst schreibt Thomas Taylor ist kaum eine Spur seines Lebens in den unermesslichen Ruinen der Zeit zu finden denn wer war jemals in der Lage irgendetwas über seine Herkunft sein Alter sein Land und seinen Zustand mit Gewissheit zu sagen dies allein kann von der allgemeinen Zustimmung abhängig gemacht werden dass es einst eine Person namens Orpheus gab der bei den Griechen der Begründer der Theologie war der Urheber ihres Lebens und ihrer Moral der Erste der Propheten und der Fürst der Dichter selbst der Spross einer Muse der die Griechen ihrer heiligen Riten und Mysterien lehrte und aus dessen Weisheit wie aus einem immerwährenden und reichlichen Brunnen die göttliche Muse des Homer und die erhabene Theologie von Pythagoras und Platon gespeist wurden Orpheus war der Begründer des griechischen mythologischen Systems das er als Medium für die Verbreitung seiner philosophischen Lehren nutzte Der Ursprung seiner Philosophie ist ungewiss Er könnte sie von den Brahmanen erhalten haben denn es gibt Legenden die besagen dass er sie von einem Hindu erhielt wobei sein Name möglicherweise von Orphanios abgeleitet ist was dunkel bedeutet Orpheus wurde in die ägyptischen Mysterien eingeweiht von denen er sich umfangreiches Wissen über Magie Astrologie Zauberei und Medizin sicherte Die Mysterien der Kabieren in Samothrake wurden ihm ebenfalls zuteil und diese trugen zweifellos zu seinem Wissen über Medizin und Musik bei Die Romanze von Orpheus und Eurydike ist eine der tragischen Episoden der griechischen Mythologie und stellt offensichtlich das herausragende Merkmal des orphischen Ritus dar Eurydike bei ihrem Versuch von einem Bösewicht zu entkommen der sie zu verführen versuchte starb an dem Gift einer Schlange die sie in die Fersen gebissen hatte Orpheus der bis ins Herz der Unterwelt vordrang bezauberte Pluto und Persephone mit der Schönheit seiner Musik so sehr dass sie zustimmten Eurydike ins Leben zurückkehren zu lassen wenn Orpheus sie in die Sphäre der Lebenden zurückführen könne ohne sich einmal umzusehen ob sie ihm folgte so groß war seine Furcht dass sie sich von ihm abwenden würde dass er seinen Kopf drehte und Eurydike wurde mit einem untröstlichen Schrei in die Welt des Todes zurückgeschleudert Orpheus wanderte eine Zeit lang untröstlich auf der Erde umher und es gibt mehrere widersprüchliche Berichte über die Art und Weise seines Todes einige erklären dass er von einem Blitz erschlagen wurde andere dass er seine geliebte Eurydike nicht retten konnte und Selbstmord beging die allgemein akzeptierte Version seines Todes ist jedoch dass er von zikonischen Frauen in Stücke gerissen wurde deren Annäherungsversuche er verschmäht hatte im zehnten Buch von Platons Republik heißt es wegen seines traurigen Schicksals in den Händen von Frauen die Seele die einst Orpheus gewesen war entschied sich als sie dazu bestimmt war wieder in der physischen Welt zu leben im Körper eines Schwans zurückzukehren anstatt von einer Frau geboren zu werden der Kopf des Orpheus wurde nachdem er von seinem Körper abgerissen worden war mit seiner Leier in den Fluss Hebrus geworfen in dem er bis zum Meer hinunter floss wo er in einer Felsspalte verkeilt viele Jahre lang Orakel gab nachdem die Leier aus ihrem Schrein gestohlen worden war und der Dieb sie zerstört hatte wurde sie von den Göttern aufgegriffen und zu einem Sternbild geformt Orpheus wird seit langem als Schutzpatron der Musik besungen Auf seiner siebenseitigen Leier spielte er so vollkommene Harmonien dass selbst die Götter seine Macht bejubelten Wenn er die Seiten seines Instruments berührte versammelten sich Vögel und Tiere um ihn und als er durch die Wälder wanderte veranlassten seine bezaubernden Melodien sogar die uralten Bäume dazu ihre knorrigen Wurzeln aus der Erde zu ziehen und ihm zu folgen Orpheus ist einer der vielen Unsterblichen die sich geopfert haben damit die Menschen die Weisheit der Götter erlangen können durch die Symbolik seiner Musik hat er den Menschen die göttlichen Geheimnisse übermittelt und mehrere Autoren haben erklärt dass die Götter ihn zwar liebten aber befürchteten dass er ihr Reich umstürzen würde und deshalb widerwillig seine Zerstörung in Kauf nahmen Im Laufe der Zeit wurde der historische Orpheus hoffnungslos verwechselt mit der Lehre die er vertrat und wurde schließlich zum Symbol der griechischen Schule der antiken Weisheit So wurde Orpheus zum Sohn von Apollo der göttlichen und vollkommenen Wahrheit und der Kalliope der Muse der Harmonie und des Rhythmus Mit anderen Worten Orpheus ist die geheime Lehre die durch die Musik offenbart wird Eurydike ist die Menschheit tot durch den Biss der Schlange des falschen Wissens und gefangen in der Unterwelt der Unwissenheit In dieser Allegorie steht Orpheus für die Theologie die sie dem König der Toten entreißt aber ihre Auferstehung nicht erreicht weil sie dem angeborenen Verstand der menschlichen Seele misstraut Die zikonischen Frauen die Orpheus Glied für Glied zerrissen haben symbolisieren die verschiedenen streitenden theologischen Fraktionen die den Leib der Wahrheit zerstören sie können dies jedoch erst erreichen wenn ihre Schreie die Harmonie übertönen die Orpheus seiner magischen Leier entlockt hat Der Kopf des Orpheus steht für die esoterischen Lehren seines Kultes Diese Lehren leben und sprechen weiter auch nach der Zerstörung seines Körpers also des Kultes Die Leier ist die geheime Lehre des Orpheus Die sieben Seiten sind die sieben göttlichen Wahrheiten die die Schlüssel zum universellen Wissen sind Die unterschiedlichen Berichte über seinen Tod stehen für die verschiedenen Mittel um die geheimen Lehren zu zerstören Die Weisheit kann auf viele Arten gleichzeitig sterben Die Allegorie von Orpheus der sich im weißen Schwan verkörpert bedeutet lediglich dass die spirituellen Wahrheiten die er verkündet hat fortbestehen und von den illuminierten Eingeweihten aller zukünftigen Zeitalter gelehrt werden Der Schwan ist das Symbol für die Eingeweihten der Mysterien Er ist auch ein Symbol der göttlichen Kraft die der Urheber der Welt ist Die bachischen und dionysischen Riten Der bachantische Ritus dreht sich um die Allegorie des jugendlichen Bachus Dionysus oder Zagreus der von den Titanen in Stücke gerissen wird Diese Giganten vollbrachten die Zerstörung von Bachus indem sie ihn dazu brachten von seinem eigenen Spiegelbild fasziniert zu sein Nachdem sie ihn zerstückelt hatten kochten die Titanen die Stücke zunächst in Wasser und rösteten sie anschließend Pallas rettete das Herz des ermordeten Gottes und durch diese Maßnahme konnte Bachus in die Lage versetzt werden in all seiner früheren Pracht wieder aufzuerstehen Jupiter der Demiurk sah das Verbrechen der Titanen schleuderte seine Blitze und tötete sie und verbrannte ihre Körper mit himmlischem Feuer zu Asche aus der Asche der Titanen die auch einen Teil des Fleisches des Bachus enthielt dessen Körper sie teilweise verschlungen hatten wurde das Menschengeschlecht erschaffen So So wurde gesagt dass das weltliche Leben eines jeden Menschen einen Teil des bachischen Lebens enthält Aus diesem Grund warnten die griechischen Mysterien vor Selbstmord Wer versucht sich selbst zu die Idee der titanischen Sphäre und der Titanen oder Götter der Fragmente die aktiven Kräfte durch die die universelle Substanz nach dem Muster dieser Idee geformt wird Der bachische Zustand bedeutet die Einheit der vernunftbegabten Seele im Zustand der Selbsterkenntnis und der titanische Zustand die Vielfalt der rationalen Seele die da sie in der ganzen Schöpfung verstreut ist das Bewusstsein ihres essentiellen Einsseins verliert Der Spiegel in den Bacchus blickt und der die Ursache für seinen Fall ist ist das große Meer der Illusion die von den Titanen geschaffene Unterwelt Bacchus der sein Bild vor sich sieht nimmt das Bild als Ebenbild seiner selbst an und umhüllt das Abbild das heißt die rationale Idee umhüllt ihr Spiegel Bild das irrationale Universum Indem sie das irrationale Bild umhüllt pflanzt sie ihm den Drang ein wie seine Quelle das rationale Bild zu werden Deshalb sagten die Urväter dass der Mensch die Götter nicht durch Logik oder Vernunft erkennt sondern durch die Gegenwart der Götter in sich selbst Nachdem Bacchus in den Spiegel geschaut hatte und seinem eigenen Spiegel Bild in die Materie gefolgt war wurde die rationale Seele der Welt zerbrochen und von den Titanen über die weltliche Sphäre verteilt deren Wesen sie ist aber das Herz oder die Quelle konnten sie nicht zerstreuen die Titanen nahmen den zerstückelten Körper des Bacchus und kochten ihn in Wasser das Symbol für das Eintauchen in das materielle Universum was die Einverleibung des bachischen Prinzips in die Form repräsentiert die Stücke wurden dann geröstet um den anschließenden Aufstieg der geistigen Natur aus der Form zu symbolisieren als Jupiter der Vater von Bacchus und der Demiog des Universums sah dass die Titanen hoffnungslos mit der rationalen oder göttlichen Idee verstrickt waren indem sie ihre Glieder in die Bestandteile der unteren Welt zerstreuten als Jupiter dies sah tötete er die Titanen damit die göttliche Idee nicht gänzlich verloren gehen würde aus der Asche der Titanen formte er die Menschheit deren Daseins Zweck es war die bachantische Idee zu bewahren und schließlich zu befreien oder die rationale Seele aus der titanischen Fabrikation zu befreien Jupiter der Demiogus und Erschaffer des materiellen Universums ist die dritte Person der schöpferischen Triade folglich der Herr des Todes denn der Tod existiert nur in der niederen Sphäre des Seins dem er vorsteht Die Desintegration findet statt damit die Reintegration auf einer höheren Ebene der Form oder Intelligenz folgen kann Die Blitze des Jupiters sind ein Sinnbild für seine auflösende Kraft Sie offenbaren den Zweck des Todes der darin besteht die rationale Seele vor der verschlingenden Macht der irrationalen Natur zu retten Der Mensch ist ein zusammengesetztes Wesen Seine niedere Natur besteht aus den Bruchstücken der Titanen und seine höhere Natur aus dem heiligen unsterblichen Fleisch des Bacchus Daher ist der Mensch entweder einer titanischen oder einer bachantischen Existenz fähig also entweder einer irrationalen oder einer rationalen Existenz Die Titanen des Hesiod die zwölf an der Zahl waren sind wahrscheinlich analog zum himmlischen Tierkreis während die Titanen die Bacchus ermordeten und zerstückelten die Zodiakalen Mächte darstellen die durch ihre Verstrickung in die materielle Welt verzerrt wurden So repräsentiert Bacchus die Sonne die von den Tierkreis zeichen zerstückelt wird und aus deren Körper das Universum gebildet wird Als die irdischen Formen aus den verschiedenen Teilen seines Körpers erschaffen wurden ging der Sinn für die Ganzheit verloren und der Sinn für das Getrennt Sein entstand Das Herz des Bacchus das von Pallas oder Minerva gerettet wurde wurde aus den vier Elementen herausgehoben symbolisiert durch seinen zerstückelten Körper und in den Äther gelegt Das Herz des Bacchus ist das unsterbliche Zentrum der rationalen Seele Nachdem die vernunftbegabte Seele über die gesamte Schöpfung und die Natur des Menschen verteilt worden war wurden die bachischen Mysterien ins Leben gerufen um sie von der irrationalen titanischen Natur zu lösen Diese Entflechtung war der Prozess der Erhebung der Seele aus dem Zustand des Getrenntseins in den der Einheit Die verschiedenen Teile und Glieder des Bacchus wurden aus den verschiedenen Ecken der Erde zusammengetragen Wenn alle rationalen Teile versammelt sind wird Bacchus wieder erweckt Die Riten des Dionysus waren denen des Bacchus sehr ähnlich und von vielen werden diese beiden Götter als eine Einheit betrachtet Statuen von Dionysus wurden in den Eleusinischen Mysterien getragen besonders in den niederen Graden Bacchus der die Seele der irdischen Sphäre repräsentierte war zu einer unendlichen Vielfalt von Formen und Bezeichnungen fähig Dionysus war offenbar sein solarer Aspekt Die Dionysischen Architekten waren ein alter Geheimbund dessen Grundsätze und Doktrinen dem modernen Freimaurerorden sehr ähnlich sind Sie waren eine Organisation von Baumeistern die durch ihr geheimes Wissen über die Beziehung zwischen den irdischen und göttlichen Wissenschaften der Architektonik miteinander verbunden waren Angeblich wurden sie von König Salomon beim Bau seines Tempels beschäftigt obwohl sie weder Juden waren noch den Gott der Juden anbeteten sondern Anhänger von Bachus und Dionysos Die dionysischen Architekten errichteten viele der großen Monumente des Altertums Sie besaßen eine geheime Sprache und ein System zur Markierung ihrer Steine Sie hatten jährliche Versammlungen und heilige Feste Die genaue Natur ihrer Lehren allerdings ist unbekannt